Was hat denn die Drohne jetzt für ne Macke? Lebt unter London ein Monster? Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir sind wieder bei Watch Dogs Legion und jetzt eine Wache. Brilliant. Sehr gut. Das bin ich jetzt. Natürlich, ich infiltriere jetzt den London Tower. Sehr gut. Ja, angezogen ist sie doch. Jetzt muss ich nur noch dorthin, wo es wirklich losgeht. Könnt ihr mich da hochbringen? Hier geht's auf. Ach, na perfekt. Und die vor Mitte Zugang. Genau, genau. Drohne? Was hat denn die Drohne jetzt für ne Macke? Das geht nicht, okay. Ach komm. Was hat denn die Drohne für ein Problem? Okay, ich will mal von der Drohne eben weg. Was soll ich denn mit der Drohne machen? Ach, komm ey. Ja, komm. Ach, wunderschön. Wichtig ist, dass ich dort reinkomme und dass hier nicht schon wieder irgendeine Drohne rumfliegt. Da ist schon wieder so eine Drohne. Die kann ich auch nicht deaktivieren. Warum kann man diese Drohne nicht deaktivieren? Ich glaube, die fliegt wieder zurück, ne? Ja. Okay. Da oben muss ich rein. Schnell. Schnell. Öffnen. Huh. Oh mein Gott. Das hat funktioniert. Irgendwie. Keine Ahnung. Hier sind alle blind. Sehr schön. Ja, genau. Genau. Huh. Ist hoch, hier geht's aber nur runter. So, der Drohne kann ich gar nichts machen, aber die guckt auch gerade in die andere Richtung. Lenk ihn mal ab und jetzt schnell hier hoch. Alles gut, alles gut. Die haben mich nicht so richtig gesehen, nur so halb. Okay. Muss nur aufpassen, bei denen ist es wahrscheinlich in Ordnung, indem ich sehe. Es geht nur um die uniformierten Typen, die dort hinten stehen zum Beispiel. Natürlich. Läuft doch. Dieses langsame Laufen, das ist nichts für mich. Das war knapp. Ist da nicht heimlich, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war knapp. 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 Es war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, wenn ich gar nicht so richtig habe. stehen. Die Wachen, die haben sich immer noch rumgedreht. Das heißt, es ist okay. Theoretisch sollte das jetzt funktionieren. Bitte. Ja, benimm dich einfach, als würdest du dazugehören. Kameras können Wachen ablenken. Halte. Ah, okay. Alles klar. Ich muss erst mal hoch. Ja, sehr gut. Muss ich nicht mal ablenken. Manchmal funktioniert es auch so. Willkommen. Willkommen zu Project Themis. Our new autonomous drones. These drones können identify, isolate, und terminate threats before they can do harm. They can go anywhere. See everything. They could kill a man alone in an alley, or in a crowd of hundreds, with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Das heißt, sofort und entscheidend. Without your support, I couldn't stand here and tell you, I promise you, that with the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe. Mr. Cass, I was hoping you called us all in here today to discuss the ethical issues. No, it's all right. The Commissioner cares, as we all do. I admire his passion and his dedication. Let's talk ethics. Well, for one. Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. I see. Delay the launch so that we can debate and assess the details. We're missing the human element here. I can get the Defence Minister on the line right now. Well, if you feel you must. It's the human element that got us into this. No more debate, delay, indecision. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. Now, will our friends at Tidus be ready? You are the cornerstone of the project, after all. Do you need to consult any outside parties? Uh, no. We'll be ready. And just in time. The police commissioner himself, assassinated by terrorists. Decisiveness is hard. But here's the best part. Once this decision is made, no more will be required of you. Der ist echt gefährlich. Und hat ne Macke. Aber das haben die Bösen meistens. Everybody, leave the area! Und wo geht's durch die Katakomben? Runter. Ah, ist gut. Ist nur hier runter. Aua! Aua! So, komm. Erst mal den hier beenden, komm. Okay. Hier durch. Was ist das? Ach so, das ist nur so ein... Alles klar. Jetzt hier runter. Da stand doch letztens auch einer. Na, egal. Okay. Katakomben? Bin ich. Wow! Okay. Und hier durch. Krass. Okay. Ja. Kiste davor. Chillig. Scheint so. Okay, wir gehen erst mal hier lang. Ja. Hier unten versteht keiner Bagley. Wow! Was ist das denn hier? Aber wir finden hier Sachen. Das ist auch gut. Dokumente, Katakomben, blablablupp. Ja, irgendwo geht's auch raus. Ist schon cool irgendwie hier. Was ist denn da? Ich weiß nicht, was ihr nicht gefällt. Ach, hier runter? Hm. Bäh. Ab ins Wasser. Irgendwas mit Ausgang. Bagley will uns helfen. Oh. Lebt unter London ein Monster? Ne, die haben nur solche Fettberge dort unten in ihren Abflussrohren. Aber anscheinend bin ich draußen. Ah, ich habe eine neue Maske. Cool. So oft schon verhaftet. Und jetzt steht er trotzdem wieder hier. Auf geht's. Was haben wir. Also, Tidus ist unser Best Lead to fill in the blanks on the secret project. Aber der Sicherheit ist notoriously schwierig zu crack. So Hamish hat eine Intrigen Lösung. Albion hat sich gearbeitet auf ein neues Mikrodrone. Das ist etwas mein Kontakt zu mir. Das ist nicht in Produktion noch nicht. Aber wenn wir die Pläne haben, können wir unsere eigene machen machen. Aber wenn wir die Pläne haben, können wir unsere eigene machen machen. Ich bin öfter. Immer vorsichtig. Das weiß man doch. Besuch das Team Briefing. Abgeschlossen. Moment. Hier war die Garderobe. So, kommt jetzt noch irgendwas, oder? Cool. Ah, die ist ja geil. Die kann ich mir kaufen. Cooles neues Sacko. Jetzt geht's los. Stiehl die Mikrodrohnenbaupläne. So, wir sind angekommen. Ja, geht doch mal mit. So mal hier um die Ecke. Danke. Okay. Ich schalte das Drohnenlabor frei. So. Ich habe mir meine Drohne geholt. So, aufpassen. Hier schwirren nämlich auch Kampfdrohnen rum. Die wollen wir da natürlich nicht alarmieren. Wo geht's denn jetzt hier rein? Also, ich weiß, dass ich da hin muss. Ah ja. So, Drohne ist drin. Hier wäre sogar eine Leiter. Alles gut, ich bin doch nur eine Drohne. Hier sieht's gut aus. Ja. Hier komme ich rein. Okay. Das Ding schießt. Okay, krass. Wie krass? Okay. Da geht's auf jeden Fall rein. Das mache ich eben. Puh. Das scheint doch eine längere Mission zu werden. Ich dachte, wir können das vielleicht relativ easy wieder machen. Aber nein. Freunde, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin macht's gut. Und tschü. Take back London.